So, dann brauche ich auch mal hier die dicke Bärta. Und dann sacken wir die blauen Items ein und identifizieren mal alles. Ich muss jetzt einfach verkaufen. 400 Gold koste es identifizieren. Wenn da jetzt nichts dabei ist. Natürlich nicht. Ein Stab, den ich nicht benutzen kann. Bogen, den ich nicht benutzen kann. Ich nehme jetzt mal die blauen Gegenstände auf. Uh, ein Mörderschwert für das nächste Level. Juhu. Das ist der Hammer. Ach, super. Ich kann von den blauen Items auch nichts benutzen. Okay. Doch, irgendwann. Level 16. Neues Schild auch für Level 16. Toll, jetzt habe ich gerade erst mit Level 15 eins angezogen. Jetzt habe ich schon wieder das nächste für Level 16. Aber die blauen behalte ich? Ja, die behalte ich auf jeden Fall auch. Und ich muss den Rest einfach jetzt verkaufen. Das bringt nichts, solange ich die Schmiede nicht... Ja, es ist bei mir ähnlich. Es ist ärgerlich, aber diese ganzen Kochzutaten... Ich schmeiße die auch alle weg. Die muss ich verkaufen. Also... Sell all. Dann ist grau. Okay, ich habe hier noch eine neue Quest. Hast du die auch noch? Gibt es zehn Diamanten? Ja, ja, ja. Habe ich. Ja. Ja. Ich lade mal hin und wieder immer welche ein. Bei uns in der Gilde. Ja. Einfach um die ein bisschen zu pushen. Okay, was gibt es hier? And upgrade your forge. Achso. Ha. Das ist ja praktisch. Das gibt es als... Das ist eine Quest. Das ist für das, was ich jetzt schon mache. Was? Ne, das... Die Schmiede verbessern. Achso. Das ist jetzt die Quest. Den mache ich ja gerade schon. Die mache ich dann auch. So, was habe ich jetzt? Active Skill. A radial attack that deals damage and stuns all enemies around you. Also ein Stun kann ich mir holen. Oder aber... Ich habe mir den Drachen geholt. Drachen. Das kostet 25 Maler. Das kostet 10. Naja, aber ein Stun ist nicht schlecht. Nehmen wir als erstes mal den Stun. Also ich habe mit Sicherheit auch Mist geskillt. Aber ist nicht so schlimm. Mit Sicherheit. Wollen wir gleich weiter? Ähm, ja, gib mir noch mal Sekunden. Ich wollte gerade mal gucken, wie... Ach, 2 Stunden 25. Alles klar. Dauert noch ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ja, hier gibt es vier Neuigkeiten in der Gilde. Was ist da los? Ne, weil ich welche eingeladen habe. Ah, okay. Okay. Bist du schon... Ich bin bereit. Warte, ich gehe mal... Jawohl. Sommer Village. Also gehen wir jetzt hin und befreien dann unsere Fuzzis. Tanzleute. Oh Gott. Hey, ich schwitze so dermaßen hier bei 37 Grad. Ja, es ist wieder gerade heiß. Ja. Ah, Held. Sagt die Lorraine. Es ist Archibald. Archibald und der, äh... Taylor. Taylor, Taylor, Taylor. Weiß ich gerade nicht mehr, sorry. Ähm. Er wurde unter den Leuten im Dorf gesichtet. Bitte finde ihn. Äh, und ich wollte nur sagen, dass... Äh, ja. Kommen Sie hier nach Hause. Gut. So war das Zitat. Kurz und knapp. Also so wirklich Englischkenntnisse braucht man hier nicht für die Spiele. Ne. Bam, bam, bam. Siehst du, da habe ich es alle gestumpt. Das ist gar nicht schlecht. Oh, das war ja total... Nix. Aber es ist echt cool, weil da kann ich so schön reinrennen, stunnen. Ich meine, jetzt hier so für eine Handvoll ist das vielleicht übertrieben. Aber halt später. Warum nicht? Ja, bestimmt. Das ist deins, ja? Ach, das ist dieser Begleiter, den du da... Das finde ich aber schick. Geht's da weiter? Ja, hier ist ein Typ. Ah, sie kam in der Nacht aus dem Licht. Aus dem Licht. Da oben. Oh, nein. Bei mir ist es so blöd, wenn ich an den Bildschirmrand komme, dann kommt bei mir immer so ein, ja, soll ich sagen, ein Warnhinweis, oder ein Hinweis, zwecks dem Fullscreen. Ja, ja, das ist blöd. Ja. Also der hat gesagt, sie haben ihm die Familie genommen. Gerade unten einer. Einfach mal alles killen. Ja, und wir haben ihn gerettet und er ist uns dankbar. Natürlich. Ah, das hat irgendwie nicht geklappt. was ich hier machen wollte. Ich hab mich bestimmt wieder verdrückt. Ich finde es so toll, dass unsere Absprachen so gut sind. Ja. Ich mein, wir reden ja auch viel, äh, miteinander. Mhm. Was den nächsten Angriff und so angeht. Das läuft einfach. Boah, das haut aber ganz schön mein Mana hier raus. Muss ich sagen. Ich hab nämlich keins mehr. Ich mach jetzt grad mal ein bisschen langsamer. Na komm, hau doch einfach drauf. So, ein bisschen Gold sammeln. Ja, schade, nee. Ich mein, wir haben ja viel zu tun. Und wenn man jetzt über, wenn man jetzt sieht, wie viel ich gerade, also wie gesagt, ich hab grad für 400 Gold nur Gegenstände identifiziert. Ja, das stimmt. Das war teuer. Bei mir auch. Das war die blauen Gegenstände. Die haben... Ja. Ja, die kosten... Kosten relativ viel. Katapult. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Das ist halt Witz eigentlich, wenn man überlegt, dass man bloß drei Gold bekommt. Ja. So, jetzt dürfte mein Inventar dann gleich auch wieder voll sein. Also, ich muss unbedingt, ähm, hiernach irgendwas kaufen für, für HP. Ich hab nur noch vier so Karotten. Also, die Sachen halt, die ich im Kampf so schnell nehmen kann. Hoch. Also, ihr Leben verliere ich hier kaum. Ja, weil du hast einen richtig guten Tank an der Seite, das muss man schon sagen. Oder ich spiel mein Match einfach gut. Ja, dann denk ich eher, du hast einen richtig guten Tank an der Seite. Ich denke auch, dass ich mein Match einfach mal super spiel. Also, du hast mich leider jetzt gerade nicht richtig verstanden. Aber es kann daran liegen, dass du einen richtig guten Tank an der Seite hast, der alles wegrobt und es gibt natürlich sehr, sehr große Geräuschkulisse. Das ist blöd. Das ist geiler, wenn der Drache hier mitfliegen würde. Ach, der bleibt stehen. Ja, ja, der bleibt stehen. Hi, ich hab'n Bug. Ich hab'n Bug. Ich hab'n Lack. Okay. Ja, ganz kurz, weil das jetzt gut ist. Boah, da liegt noch viel rum. So, warte mal. Da sind wir reinhauen. Okay. Kommt da noch einer? Also, die haben hier ganz schön aufgeräumt in den Dorf. Du müsstest bald Level abhaben? Ja. Oder täusche ich mich? Ja, das ist ein kleines Stück noch. So ein halber Balken. Ach, deswegen kann ich jetzt nicht wie eigentlich auch kein Mana mehr. Ich bring' ... ach so. Mhm. Bring den mal um. Ich geh schon mal weiter. Irgendeiner muss es ja tun. Du machst dir wieder nix. Ah, nein. Hast du auch schon drauf? Ja, ja. Aber das heißt, dann kommt jetzt der Boss, ne? Na, dann bitte mal kurz warten. Dann baller ich mir nochmal so Möhrchen rein. Und tu auch nochmal was für meinen Mana. Bei uns in der Nähe ist heute ein Open Air von Helge Schneider. Helge Schneider? Ja, das kommt mir gerade wegen einem Möhrchen. Ach so. Ja, cool. In Coburg? Ja, ich weiß auch, wer das veranstaltet. Mhm. Und ruf. Ah, okay. Boom. Level ab. Ne, halte ich leider nicht. Ein Platz ist noch frei. Oh, jetzt hab ich ein geiles neues Schwert. Das ist nicht wahr, oder? Ah doch, da ist was Grünes dabei. Aber mir war nix gescheites dabei. Ich hab lediglich ein grünes, ja, aber das... Jetzt wollte ich's schon wieder so machen. Also ich bin fertig, geh mal zurück, oder willst du noch was machen? Ja, äh, Sekunde. Ach so, da ist aber auch nix zum, zum Öffnen. Keine Kisten, nichts mehr da. Okay. Dann von mir aus, äh, zurück. Mhm. Das war aber auch irgendwie... kurz, die, ne? Ja, die war jetzt mal wieder ein bisschen kürzer. Aber es war ja auch im Endeffekt nur ein Dorf. Die war jetzt nicht und zwei.